Lassen Sie sich von schicker Kleidung abseits des Mainstreams begeistern, bei Vintage Couture von Birgit Laprelle. Das Modecafé in Heinsberg bietet außergewöhnliche Kleidung für Frauen ab 35 in den Größen 34 bis 46. Im Sortiment findet sich eine große Auswahl an exklusiver Mode der Labels Soja Concept aus Dänemark und Geisha aus Holland, die in der Region sonst nur schwer zu finden sind. Außerdem werden trendige Accessoires angeboten, die sich perfekt zum Kombinieren eignen. Inhaberin Birgit Laprelle verfügt über langjährige Erfahrung in der Textilbranche. Zweimal im Monat organisiert sie Abendveranstaltungen, bei denen Kundinnen von modetechnischen Tipps und Tricks profitieren können. Auch die Modeschauen kommen bei Fashionfans von nah und fern gut an. Genießen Sie ein entspanntes Einkaufserlebnis. Bei Vintage Couture erhalten Sie freundliche Beratung und besondere Mode in angenehmem Ambiente. Verkaufserlebnis. 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 Verkaufserlebnis.